Jo, hier sind wir auch schon wieder. Ähm, hab einen kleinen Cut gemacht, hab das immer nicht angesagt, sorry deshalb. Ähm, jo, das Haus geht weiter. Es wächst. Ähm, jo. Mit meinen Risen-Let's Plays ist immer noch nichts geworden, tut mir leid dafür, aber ich kann es nicht ändern, dass das nicht funktioniert. Und, jo. Jo. So, wir brauchen Holz nach Schlag. Jo. Ich bin heute irgendwie nicht so gesprächig. Also, in den letzten Let's Plays hab ich mehr gesagt. Jo, ich geb mir jetzt mal Mühe. Ich bin irgendwie bisschen müde. Keine Ahnung. Jedenfalls bin ich heute nicht sehr gesprächig. Ist euch vielleicht aufgefallen? Und jetzt geb ich mir Mühe. Jo. Ähm. Jo. Tutorials würd ich auch gerne mal wieder machen, nur mir fehlen langsam die Ideen. Könnt ihr gerne auch eure Ideen irgendwie in die Kommis schreiben. Wäre ich euch sogar ein bisschen dankbar, wenn da keine Scheiße steht. Ach, Holz schon wieder ausgegangen. Äh. Eins, zwei, drei, vier. Hier. Hm. Jo. Jo, jetzt kommt das, was ich nicht wollte. Nämlich, dass wir uns wieder hier hochbauen müssen. Jetzt reicht das Holz definitiv. Deshalb nehmen wir noch einmal eine Ladung von 64 Blöcken. Ähm. Jo, ich würd echt gern Risen, let's playen. Vor allen Dingen würd ich hier mal ein paar Cheats zeigen, die kann man zwar auch so im Internet raussuchen, aber mal ein bisschen vorstellen damit, weil da zum Beispiel bei manchen Cheats vorgewarnt wird, dass da irgendwie, dass das Spiel dann ein Problem hat ist, um ins nächste Kapitel zu kommen. Und da zeig ich euch mal die guten Cheats, empfehlenswerte und ja. Jo, auf jeden Fall hilfreich. Vielleicht wird es euch gefallen. Jedenfalls wird das leider im Moment noch nichts. Weil ich hab keinen Bock mehr, irgendein Aufnahmeprogramm zu kaufen, weil jedenfalls im Moment nicht. Vielleicht kommt's noch. Wie gesagt, im Moment nicht. Obwohl es sich für mich so langsam vielleicht auch schon mal lohnen würde. Nennt ich auch mal Fraps Free. Ich sag Free. Free. Ähm. Und das hat dann nicht mehr aufgenommen. Da war irgendwas. So eine kostenlose Version auf Englisch. Jo. Das ist jetzt schon Let's Play 45. Jo. Jo. Ich bin mir sicher, das Holz wird hier jetzt fürs Dach wieder nicht mehr reichen. Ähm. Obwohl, sicher bin ich mir nicht, aber ich denk mal. Holz zu bohnen, äh, das Dach zu bohnen ist jetzt hier wieder nicht so leicht. Ähm. Zack. 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 Ähm. Okay, das reicht ehrlich nicht. Ich mach noch diese Reihe fertig und dann hol ich gleich mal nach. Jo. 64 reichen hier jetzt, aber definitiv, wenn wir nochmal 64 holen, reicht das. Jo. Ne, funktioniert nicht. Ah, okay, ich weiß aber jetzt, wie ich's mache. Ich will nämlich nicht so gerne hier noch ein ganzes Dings hochbauen. damit ich die von hier aus nämlich wieder wegbekomme. Ich glaub, das wird jetzt eh nichts, aber... Ach, Quatsch, man. Scheiße. Ach, lassen wir einfach so und wir nachher weg. Ist echt nervig, im Survival-Modus so zu bauen. Ich bin's echt gewohnt, immer im Fliegen zu bauen, aber... Weil ich ja jetzt eben noch nicht so lange die Creative- äh, Survival-Welt habe. Und, jo, auf jeden Fall bin ich jetzt schon ein bisschen weitergekommen, wie ihr seht. Könnt ihr auch gerne meine Let's Plays nochmal angucken, falls ihr's noch nicht getan habt. solltet ihr unbedingt nachholen. Ähm, ich hab das immer so gemacht, dass einmal für Einsteiger alles gut erklärt, was man als erstes braucht, so, als Anfang, was man am besten als erstes macht. Und dann auch die Tutorials und ein paar im Creative-Modus Bautipps, Tipps für Einrichtungen, wenn man ein Haus hat. und was das jetzt noch so begehrt, alles mögliche. Oh, ne, ich glaub, ganz knapp rechte, ach, ne, das reicht nicht. Oh, ne, die ganze, äh, egal. Aufregen nützt hier nichts. Das war's. hab ich für mich total verschätzt, hätte ich echt nicht gedacht. Ähm, ja, für die Einrichtung müssen wir dann auf alle Fälle Wolle holen. Bin schon die ganze Zeit am überlegen, wie wir Wolle bekommen. Ja, klar, durch Schafe. Ne, anders, ähm, Bettbrauch wollen wir und dafür brauchen wir rote Wolle. Da werde ich nachher gleich mal versuchen, Farbstoff zu kochen. Vielleicht doch erst im nächsten Let's Play. Auf alle Fälle mache ich heute wahrscheinlich kein weiteres Let's Play. Vielleicht noch ein Risen Let's Play, wenn mir, wenn mir, wenn ich noch Geduld habe, nochmal nachzuschauen. Okay, ähm, jetzt hauen wir diese Dinger hier noch weg. Das sind Story, okay. Mist. Hab keine Lust mehr, nochmal eine Schaufel zu machen, ja. Das ist so langs rundrum, mindestens ein Block weit entfernt. Es geht das von der Rest. So. Hier steht's jetzt. haben wir jetzt noch fackeln. Ja. Ach, quatsch, hätte man gleich die Tür mitnehmen können. Egal, ähm, ich dachte, wir haben hier noch eine, ähm, ein, ähm, naja, hat mich nicht geirrt. Mein Gedanke hat mich nicht verlassen. Äh, quatsch, tschüss. Jo, okay, die Tür haben wir hier rein. Ähm, jetzt hier Licht rein. Jo, jetzt haben wir auf jeden Fall ein Haus. Ich glaub, ein kurzer Raum ist auch in Ordnung. Wir müssen ja jetzt nicht gleich so ein, dass so groß ist das Haus nur auch wieder nicht. Ähm, Fenster brauchst auf jeden Fall. Ähm, ja. Dann hoffe ich, es hat euch erstmal gefallen. Nächsten Freitag geht's weiter. Ich mach da jetzt auch noch eine Ansage und bis bald. Tschüss.